Herzlich Willkommen zu Leak of Salz-Geschichten mit dem Porroking heute. Er ist basically Aram nur irgendwie noch ein bisschen dümmer und tatsächlich mit Free Picken, ne? Und fucking Zaya und Rakan sieht man halt dann einfach auch hier immer überall. Überall. Also für alle Leute, die den Spielmodus nicht kennen, ich kenn den auch nicht. Aber man schmeißt wohl seine Feinde mit Schafen ab. Nein, nicht mit Schafen. Sind das Schafe? Doch, das sind Schafe. Basically Schafe. Ja, Poros sind Schafe. Ich bin heute ein Battle Boss Blitzcrank und ich zeig euch jetzt richtig schön, wie man jeden einzelnen Skillshot verkackt. Rainbow Snack Party Pack, das nehm ich. Rainbow Snack Party Pack. Oh, wir haben einen Garen, Junge. Wir haben einen Garen, mit dem geh ich jetzt ham. Komm, mein lieber Garen, wir gehen ham zusammen. Ich bleib zu Hause oder so, ne? Oh, guck mal, ich hab, die laufen mir hinterher, die Schafe. Ja. Oh, oh, no. Ach ja, wir müssen die treffen, Yuka, ne? Du musst die Schafe treffen, also du musst schießen mit den Ich-Fuck da mal rein. Na, scheiße. Ja, haha, sehr gut. Siehst du oben neben dem, äh... Ja, ich seh das. Ich bin, ich bin Profi. Hervorragend. 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 Äh, gleich hab ich das. Äh, gleich. Moment noch. Ja. Moment noch. Ja. Du hast den Sachfisch. Fuck. Jetzt. Ahhhh. Tötet in. Oh, Schande. No, no, no. Schau ab. Tschüss. Ah, ich bin tot. Äh, was zur Hölle ist passiert? Ich weiß es nicht, das lief nicht so wie geplant, glaub ich. Ich hab nicht mehr gesehen. Ah, 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 ah. Hier ist alles voll Snowballs. Ja, warte, ping mich doch, nicht Fragezeichen. Das waren drei Stück, wie soll ich die denn alle dodgen? Der Garen ist gut, alter. Dreck. Die haben gleich ein riesen Schaf. Ja, die haben, ah, ah, okay, den hätte ich dort schmissen, ich geb's zu, ist in Ordnung. Hör auf mich zu pingen, Garen. Oh, das sieht gar nicht gut aus für uns. Das ist ein Drachenschaf. Oh, er ist gestorben, Gott sei Dank. Alles klar, äh. Hä, was, warum lebt der denn noch? Oh, sorry, ich werd schon wieder, der Salzstreuer steht schon wieder auf dem Tisch. Der Salzstreuer. Oh, was? Komm ran hier. Fuck. Oh. Ich hab ne Lasted, sehr gut. Zwei Lasted. Ah. Let's fucking go. Oh, fuck. Komm mal rein hier, Junge. Boom. Oh, da hab ich ein Weckeslayer. Was ist das für Schneekram? Hier, friss mal Cookie und mach mal Flamm. Was, was ist, was ist denn, wenn ich jetzt F drücke? Ja, du fliegst so an den Rand, glaub ich. Ne? Ja. Wow. What? What the fuck? Was hat er denn gemacht? Kuchenparty. Äh, ja? Äh, äh. Oh, fuck. What the fuck? Den Tower haben wir. Ne, der ist schon weg hier, der Poro. Warte, warum hübt der denn schon wieder rum hier? Ja, der ist richtig, richtig auf Kontakt so. Der sucht Kontakte. Der sucht Kontakte? Ich stelle mich jetzt in den Busch und da sieht mich keiner. Und dann bin ich gut drauf. Haha, da wird recht. Okay, rock. Fuck. Sehr gut. Nein, ich hab keine Kuchen. Doch, ich hab Kuchenparty ab. Nimm mal eine Kuchen. Dann halt nicht. So, wir gönn uns jetzt. Shit. Ich seh einfach gar nichts. Hier, komm. Klapp ihn um. Zack. Oh no, 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 no. Aua. Oh Gott, macht der Damage. Aua. Irgendwas läuft, wie ich das vorher rausgesehen hatte. Hören Sie bitte auf. Wir müssen den hauen hier. Wir müssen den hauen hier. Wir müssen den hauen. Was ist denn das jetzt? Yay. Dinge gezötet. Tötet sie. Tötet sie. Tötet sie alle. Ja. Ah. Mein Kill. Danke schön. Ich wollt grad schon sagen. Ich brauch hier ein bisschen Damage auf. An Kassafia. Wir holen uns jetzt wen. Ich ulte da jetzt wen. Komm. Hau. Tschüss. 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 Habt ihr die jetzt noch getötet oder ist sie? So ein bisschen nur. Der wirft mit Messer an, der Typ. Der ist verrückt. Der ist verrückt. Löl. W-what? Was war das denn? Kuchenparty. Mein Arm dachte, sich erhuckt einfach weiter auf. Ich schon tot bin. Was ist denn? Der ist doch. Dicker, was ist- Hä? Wo ist er denn hin? Er ist wieder runter, aber. Hä, ich... Der ist bei mir weg. Ja bei mir auch. Der ist bestimmt einmal um die komplette Welt geflogen und kam auf deiner Seite raus. Da kam Ryzen geflogen. Oh was ist das? Nein! Und jetzt kommt der Snipe. Oh kein Snipe für mich heute. Dann nehme ich den Tower aus Rust. Oh alles aus dem Tower. Jetzt wird nur der Turret gepusht. Jetzt gehen wir ein bisschen zurück, weil der komische... Oh, der Puff Daddy ist wieder da. Oh shit. Easy kill, easy life. Au. Das war nicht ganz so schlau, maybe. Hey, ihr habt einen Storber getroffen. War completely worth it. Wenn irgendwer anders vielleicht auch mal einen werfen würde, dann hätten wir auch schon unseren... Ich hab auch einen gerade getroffen, weil du die so gebaitet hast, hab ich auch getroffen. Also alles gut, man. Wir brauchen die Schnurrbartziege, Joka. Die hat einen großen Schnurrbart. Ist dir das noch nicht aufgefallen? Doch. Ich dachte, vielleicht läuft hier irgendwo ein Braum rum. Ja, ist ein Braum verwandt. Hilfe! Oh nein! Hilfe! No! Was tut ihr denn? Du Sack! Hör auf wegzulaufen! Hör auf wegzulaufen, das ist nicht nett! Hör auf wegzulaufen! F drücken, F drücken, go! Ah ja! Wiii! Hallo! Und rein! Ja? So machen wir das hier in Entenhausen. Oha! Garen flippt aus! Jetzt greift doch einfach den Nächsten an! Ja, hab ich doch vor! Ich will doch hier noch... Ich will doch nur einen Blitzcrank! Lass mich doch in Ruhe! Ich hook den mal da rüber! Hör! Ich kann es sogar auch noch machen! Guck mal, Alter! Das ist auch verarschte Typ! Nächste! Der Moveman-Speed hier über die Karte! Kennst du den? Huh! Hä? Achso, der Inhibitoist sagt, was ist mit Nexus jetzt los? Der Nexus dreht durch, der rebelliert! Hau weg den Talon! Gott! Nein, ich hau den Nexus! Ne! Oh, wir gewinnen, Ayuka! Wir nehmen auf und gewinnen, warte! Ich glaub's nicht! Jaaaa! Oh, fuck! Wait! Artox war afk, ach wie reudig! Achso, da war der Artox! Ja, sowas ist natürlich reudig, das tut mir schon leid. Aber... Ich find das fair! Ich find das okay, wir haben gewonnen deswegen! Wolltest du grad fair sagen? Ich würde sagen, Jukka, ein Win ist ein Win ist ein Win! Ne? So sieht's aus! Ja! Nur... Ich meine, was würdest du sagen? Wir hätten wahrscheinlich verloren, wenn der Dage gewesen wäre! Ja, sowieso ist das auch immer! Egal! Damit... Das Wort zum Sonntag! Egal! Beziehungsweise wenn ich's dann hochlade und irgendwann... Ne? Montag! Freitag! Sonstag! Viel Spaß! Tschüss! Tschüss! 49 해�és! This channel is definitely in the future! Has left oder? Untertitelung des ZDF für funk, 2017